Das Coolness Level geht einfach nicht höher. Also wenn jemand das Wort Swag erfunden hat, dann ist es Mike. Das sieht einfach so geil aus. Er hat einfach so eine krasse Künstleraura. Den könntest du einfach auf die Bühne stellen mit einem Telefonbuch. Und er macht dir daraus einen richtig krassen Track. Feier ich den Typen. Der krasseste überhaupt. Das ist einfach so krass, dass hier sogar die Katzen kommen. Das ist wegen so einem Disney-Film. Da singen die Leute und dann kommen die Tiere. Ich habe das Gefühl, Rocky, dass es bei dir so ist. Da guckst du aber grumpy hier. Das ist so krass, dass hier Colin jetzt Gitarre spielt. Er kann hier so viele Instrumente spielen. Das ist cool, wenn du so jemanden in der Band hast, der so kreativ ist und so ein begnadeter Musiker ist. Der krass, der krass, der krass, der krass. Das ist erstmal Wahnsinn, wie gut Mike Shinoda klingt. Seine Stimme ist ultra krass. Und ich finde es auch schön, dass er sich hier Colin mit dazu geholt hat. Dass er mit ihm auf der Bühne steht. Colin, das neue Mitglied, finde ich gut, dass es so mit einbezogen wird. Und ich finde das irgendwie einfach eine schöne Idee. Das ist eine geile Textzeile hier. Fuck, ist das geil, wenn die Fans da mitsingen. Holy fuck, das klingt cool. Catch up, motherfucker. Und ich will, sie haben auch ein paar Krass. Und ich will, sie haben auch ein paar Krass. Und ich will, sie haben auch ein paar Krass. Holy shit, ist das cool. Ich liebe das. Wie geil sich das hier anhört. Also die Dance Moves hat er auf jeden Fall drauf. Wie geil sich das hier anhört. Es ist einfach absolut genial. Wie cool ist denn das? Der spielt vorher Gitarre, geht an die Drums und dann nimmt er die Hütte auseinander. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Diese Transition ist ultra krass. Jetzt bist du schon wieder hier. Komm her. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020